ha 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 Sss-s SE-h-Os Leute was geht ab und welkom bei einem neuen Video ja Freunde, heute hub ich den Epw mit am Stab was geht ab Yes ja Leute heute reagieren wir auf das neue Video von Sülemee Slyvana aka Mulan nein Spaß Freunde, heute reagieren wir auf das Video von Salomé Salomé ist alle sehr sehr gute Freunde von uns und wir haben jetzt ihr Musikvideo extra noch nicht geschaut Und schauen uns das jetzt gemeinsam an, Freunde. Einmal ganz kurz heute Werbung in eigener Sache. Deswegen mache ich mal hier kurz Werbung rein oder da irgendwo. Und zwar, Freunde, ist neuer Merch von mir online gekommen. So, Freunde, ist jetzt online, Freunde. Könnt ihr abchecken. Erster Link unten in der Videobeschreibung, Freunde. Ich danke jedem, der mich supportet, der mich unterstützt. Ich habe natürlich mehrere Farben, Freunde. Auch einmal hier schwarz-rot. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Ich bin dankbar für jeden Supporter, für jeden, der mich unterstützt. Und ich würde sagen, lauern wir nicht viel rum und starten direkt mit dem Video. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Herratsch, bitte vers- Hide down pictures. Das ist im Hotel, glaube ich, ne? Mhm. Ja, was ist das denn für ein Hotel, denn? Sieht übrigens geil aus. Er sieht irgendwie mega, wie in so einem Film. Oh, mein Gott. Was war das? Ja, fängt schon mal gut an. Boah, hat eine geile Jacke. Boah, die Jacke. Was ist das denn richtig? Ich sehe in deine Augen, schau, ma chérie. Seh ich mich in mir als Marie Curie. Ich wüsche deinen Dopf schon von der Tür. Dein Parfum ist Chanel Allure. Dein Lächeln, très joli. Dein Accessoire. Ist für, fürwühlen von einem Pinot noir. Das ist alles, was zähl, Baby, ist es so. Meine Frage ist, voulez-vous cocher avec moi? Boah, was macht denn? Nein, ey. Ey, Salome, was war das? Ey, das hört sich ja mal richtig geil an. Ohne Spaß, ey, Salome, das hört sich wirklich mega geil an, Alter. Ich sag das jetzt nicht nur, weil ich dich kenne, sondern... Vor allem jede Stimme so ein bisschen auf Autotuners. Jo, dieses... Keine Ahnung, was das bedeutet, aber es hört sich mega geil an. Ne, vouler, vous couchez avec moi. Ne, vous voulez, vous couchez... Willst du nicht mit mir zusammensagen? Willst du nicht mit mir schlafen oder so, heißt das so, glaube ich, oder? Boah, ich weiß nicht, heißt das, willst du mit mir schlafen? Keine Französische Kenntnisse. Vor allem, wenn einer von euch das weiß, schreibt es mal unten in den Kommentaren rein. Ich weiß leider nicht, was das bedeutet. Ich weiß nicht, sag das. Wie sind denn das? Gel, 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 gel. ��연? Okay. Das ist, glaube ich, so. Wie ist denn das? Ja, das ist doch noch wichtig. Genau, das ist doch nicht so, glaube ich. Das ist doch noch wichtig. Man, ich weiß nicht so, dass ich... Oh, das ist doch ein bisschen. Ja, das ist doch ein bisschen. Wow! Wow! Gönnen sich das! Gibbeln! Nice! Das ist voll geil! Ja, das ist schwierig! Wow! Ey, ey! Ey, Salome! Wer ist das? Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich war beim Musikvideo mitgekommen! Ich hatte zugeschaut! Warum rufst du nicht? Scheiße, Mann! Ey, Salome! Das nächste Mal musst du doch Bescheid sagen! Ey, anders! Ich hätte das Ganze filmen können! Ich hätte der Kameramann sein können! Ich bin offiziell gerade gestorben! Bruder, ey, das ist wieder... Ey, Salome! Beim nächsten Musikvideo... Ey, du musst uns rufen! Wir gucken nur zu! Einfach nur zugucken! Stimm mal auf! Ich hatte Musikbox! Irgendwas! Ey, aber die Hook hört sich wirklich mega nice an! Ja! Das macht die Hook auch rum! Die Hook ist ehrlich richtig nice! Ruhig, aber hat was! Was war das? Nein! 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 Ohohoho! Shit! Mein Kau, Bruder! Was war das? Salome! Du hast dich gerade umgebracht, wiederblebt und wieder umgebracht! Du hast uns getötet, ey! Was warst du? Oh, Mann! Ey, du hast ehrlich durchgezogen! Respekt! Respekt! Ey, was... Salome, ey! Was... Boah! Allein guck mal, ich seh nur schon... Diese Pause! Ich seh schon dieses Kleid, Bruder! Puh! Ganz schön heiß hier drin, ey! Bruder, zieh dich aus! Hahaha! Oh, wir gehen! Schau? Boah! Salome! Sie waren verheiratet! Boah! Krass! 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 Freunde, supportet Salome auf jeden Fall! Ey, das Video! Ihr seht, es ist auf dieser Google Play, Spotify, iTunes, YouTube... Stream ohne Ende! Ey, warte! Ich muss ehrlich sagen, das Musikvideo ist... Bruder, allein so Qualität, ne? So, man kann sagen, was man will! Das Musikvideo ist top! Das ist top! Und der Song ist auch... Ich finde den gar nicht mal so schlecht, Alter! Ich finde es wirklich gut! Oh, so mäßig! Die Saddi, 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 Saddi und so mit... Ihre Stimme auf die Tür ganz gut! Warte! Zum Beispiel bei ihrem alten Song, Fashion Ikon... Mir persönlich hat es nicht so sehr gefallen, aber es war mega geil gemacht! Das Musikvideo war on the top wieder! Aber mir hat so diese Richtung nicht so gefallen! Ich fand den Song... Der war geil, konnte man hören! Aber war nicht so... Wo ich dann sage, boah! Dieser Song ist wirklich... Boah! Und welchen Song ich extrem gefeiert habe und eine Zeit lang permanent nur gehört habe, war wirklich... Mama und Papa von Salome! Ey, dieser Song, Salome, der ist heftig! Das habe ich dir sogar auch öfters gesagt, Alter! Ich feiere diesen Song unnormal! Habe ich auch zu Osiris gesagt! Dieser Song ist wirklich... Gänsehaut! Ohne Spaß! Gänsehaut, ey! Dieser Osiris! Ja genau, der hat die ganzen Lieder von dir schon produziert! Mega nice, Alter! Ey, ich bin gespannt auf die Zukunft, was noch alles kommen wird von Salome! A.K.A. Mulan! Ja, Mulan! Ich habe gesehen, sie hat ihre ganzen YouTube-Videos gelöscht und macht jetzt nur noch Musik! Ich wünsche dir viel Glück, Salome! Du hast uns gerade mit diesem Video echt getötet! Das ist krank! Also Respekt, ehrlich! Das bringt nicht jeder! Das bringt nicht jeder! Soll ich mal das Video, Leute, mit meinen Eltern gucken? Überleg mal, ey, Bruder! Ey, mega nice, Alter! Leute! Checkt Salome ab! Musikvideo ab! Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt! Mega nice geworden! Holy shit! Und ja, Freunde! Ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder! Macht's gut! Haut rein und... Auf mein Merch! Warte, das Thumbnail! Wieso abkehr so? So auf Arsch ziehen von Salome! Warte, so! So! Man sieht deine Augen nicht! Hier, mach Käppi ein bisschen auf! Schick! Dann tut ich dich an, 하르�wnie wärst fühlen von Đi 그렇게 Respons Unidos. Wow r physiological! Ja! Ja! Wars! Ähm, Bruder was, das... ić? Das war's für heute.